So, kennen wir dich denn, Hanson? Trauer? Ach, ist ja interessant. Nee, ich glaub, den kennen wir noch nicht, den Hanson. Ich schau... Ich trau dem Wolf nicht so richtig. Ich schau erstmal hier drinnen nach. Lieber speichern. Ich weiß nicht mehr so genau, wie das gehandhabt wurde mit der KI, was das Stehlen angeht. Nicht, dass ich hier jetzt aus Versehen mich total unbeliebt mache und ich den am Ende vielleicht noch brauche. Auch wenn er mir jetzt gerade nichts sagt. Das wäre schon sehr ungünstig, aber es sieht aus, als ob ich hier alles einfach nehmen kann. Kein Ding. Ich schlafe jetzt aber mal bis zum nächsten Morgen, damit wir hier mal einiges Tageslicht haben. So, denn hier ist es gerade, bei mir hier draußen ist es auch gerade hell. Und da ist es mir lieber, wenn ich es im Spiel auch hell habe. Weil dann sieht er immer so schlecht, wenn es draußen hell ist und im Spiel dunkel. Was polterst du hier rum? Du vertreibst noch das ganze Wild. Nö, na klar. Wieso lebst du hier draußen? Ich bin Jäger für den Wolfsklan. Aber ich habe keine Lust, ständig ins Dorf zu rennen. Die meiste Zeit bin ich hier draußen. Wenn ich genug Fälle zusammen habe, bringe ich sie ins Dorf. Ansonsten tausche ich mit herumreisenden Nordmatern. Was dem Wolfsklan natürlich verdammt viel bringt. Hast du Tauschwaren? Ein bisschen was habe ich immer da. Vielleicht kannst du dir was kaufen. Ja, wir können ja mal, weiß ich nicht. Ja, wir schauen gleich mal. Ich spreche erst mal hier mit ihm. Herumreisende Nordmater? Wer kommt denn hier vorbei? Ab und zu bekomme ich Besuch von dem einen oder anderen Jäger. Meistens sind dabei die Orktöter des Feuerclans hier unterwegs. Was machen die Orktöter hier? Hey, Überraschung! Das ist ein Orks. Außerdem gibt es hier eine alte Grabhöhle. Dort schauen sie nach dem Rechten. Erzähl mir was über die Grabhöhle. Dort liegt irgendein Held aus grauer Vorzeit. Ich habe keine Ahnung wer. Wenn du mehr wissen willst, solltest du zum Feuerclan gehen. Wo ist die Grabhöhle? Östlich von meiner Hütte, in der großen Bergwand. Eine Grabhöhle. Ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Das dürfte ja eigentlich kein Andengrab sein, oder? Können wir die Karte... Nee, können wir jetzt nicht aufmachen. Aber eigentlich... Also wir haben ja jetzt alle Andengräber soweit abgearbeitet. Wenn ich mich recht entsinne vom letzten Mal. Von daher dürfte es sich eigentlich nicht darum handeln. Ich weiß gar nicht, was hier östlich... Hm. Naja, mal schauen. Was kann man hier jagen? Hirsche. Das Plateau ist der beste Ort in ganz Nordmar für die Hirschjagd. Wenn du willst, kannst du mir helfen. Wie viele Hirsche soll ich erlegen? Am besten alle. Das ist eine tolle Angabe. Ich wollte noch zum Wolfsclan. Soll ich eine Lieferung mitnehmen? Warum eigentlich nicht? Hier diese Eiswolffälle müssen zu Ruhen in dem Proviantmeister. Ja. Er trifft irgendeinen, der sagt, dass er zum Wolfsclan muss und gibt ihm einfach alle Fälle, die er hat, mit. Ist das immer wieder interessant in dem Spiel. Ich bin auf der Suche nach Xardas. Der letzte, der Xardas aufsuchen wollte, war ein Paladin. Ich schätze, das war kein Freundschaftsbesuch. Es war vor allem kein langer Besuch. Der Weg unterhalb meiner Hütte führt dich hin. Du musst hoch in die Berge. Wenn du ein Stück rohes Fleisch hast, kann Grauhaar... Oh, das finde ich ja schön. Ist Grauhaar dein Wolf? Er gehört nicht mir. Er ist freiwillig hier. Aber du hast ihn abgerichtet. Auch nicht. Er ist mein Freund und Begleiter. Ich zwinge ihn zu gar nichts. Aber er ist sehr klug und versteht alles, was man ihm sagt. Du solltest ihm aber ein Stück rohes Fleisch geben. Du verstehst schon, warum. Zeig mir deine Frage. Ich schaue jetzt erstmal hier nach. Und, ähm, gut, das hat sich auch schon gleich wieder erledigt. Viel hat er ja nicht. Ich weiß nicht. Ich finde es sehr gut. Ach. Nur Kram eigentlich. Aber wir können zumindest mal das Gold, was er besitzt, hier noch mit abgreifen. Indem wir unsere Waffen verkaufen. So. Äh, 3100. Das sieht gut aus. Dann müssen wir hier vielleicht nochmal so machen. Goldausgleich. Zack. Haben wir uns das Gold angeeignet. Gut. In Teils gibt es ja sonst nichts mehr zu bequatschen, aber mit Grauhaar. Ich will jetzt aber noch mal ganz kurz schauen. Ostwand. Nee, hier ist definitiv kein Angrab mehr. Nee. Das letzte ist ja hier oben. Wir haben die sechs Stück ja abgearbeitet, soweit ich mich erinnern kann. Wir können auch einfach mal schauen. Ähm, ich weiß bloß nicht, ob das zu irgendeinem bestimmten Clan gehört oder ob wir das hier so allgemein lassen müssen. Die Macht der Ahnen, ja, ja. Ach, stimmt, das ist ja so. Ich finde es unglaublich hässlich, dieses Quest-Blog. Das haben sie so hässlich gemacht. Ähm, ich hab jetzt keine Ahnung, ob wir hier schon, wie weit wir hier fortgeschritten sind mit den Angräbern, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die eigentlich so weit alle gemacht haben. Gut, das erinnert mich auch wieder daran, warum ich da nie reinschaue in das Quest-Blog. Außer, um zu schauen, ob wir überhaupt irgendwelche Quests haben. Willst du ein Stück Fleisch? Schlang nach einem Ja. Hier. Dafür gibt es gleich mal tausende Erfahrungspunkte, das ist geil. Bring mich zum Turm von Xardas. Marschieren wir mal gleich da hin. Wir haben Grauhaar als Gefährten jetzt, das ist cool. Gefällt mir ziemlich gut. Ich wusste gar nicht, dass man hier... Das wusste ich echt noch nicht, den hab ich noch nie getroffen. Ich hoffe, der kämpft auch mit mir zusammen. Und vor allem müssen wir dann nicht weiter wild rumsuchen, sondern wir finden Xardas direkt. Ich muss dann auch nochmal ganz kurz eine Pause machen. Ich hatte ja schon in meinem Let's Play von The Raven das ganz große Problem, dass ich auch immer solche kurzen Aussätze zwischendurch hatte. Und dann unglaubliche Asynchronität zwischen der Audio-Line vom Gesprochenen und dem Spiel reingekommen ist. Und ich nehme ja direkt über Preps auf, weil ich Audacity nicht vertraue. Weil mir das schon ein paar Mal abgeschmiert ist während der Aufnahme. Und deswegen muss ich da nochmal ganz kurz anhalten, um zu schauen, ob das denn hier auch auftritt in diesen Rucklern zwischendurch. Ob da auch eine Asynchronität reinkommt oder nicht. Aber erstmal gehen wir zu Xardas. Das wird, denke ich, der beste Weg sein. Ich seh schon, wir sind also falsch gelaufen. So wie's aussieht. Denn wir gehen ja jetzt eigentlich den kompletten Weg zurück, den wir vorher gekommen sind mit Grauhaar hier zusammen jetzt. Schade, ich hätte ihn gern mal in Aktion erlebt. Du darfst auch ein bisschen schneller gehen, Kollege, ne? Du musst nicht in Zeitlupe hier rumspringen. Hm, naja. Was ich auch nicht vergessen habe, ach, wir müssen den Weg wahrscheinlich hochgehen. Was ich auch nicht vergessen habe, ist, dass wir noch den Hetzer suchen müssen. Äh, ich hab aber, als ich jetzt mal ganz kurz gesucht hatte, hab ich's zwar gesehen, wo er war, hab's aber wieder vergessen. Das ist mitten im Nirgendwo. Da ist ja nix drum rum. Der ist ganz weit abgeschlagen. Und so wichtig ist die Aufgabe, wir haben uns auch nicht, dass wir den Hetzer töten müssen. Deswegen hab ich mir jetzt so gedacht, ist es jetzt auch erstmal egal. Wir können das ja dann später nochmal zur Vervollständigung, wenn wir sonst nix weiter mehr zu tun haben, machen. Das sieht sehr nach Schattenläufer aus. Wenn du kurz wartest, kümmere ich mich mal um den. Dankeschön. So, ich wechsle mal kurz hier auf die... Nicht auf die Fackel. Okay. Äh, das mit der Armbrust hat sich dann auch schon erledigt, eigentlich. Gut, wir können's ja trotzdem mal machen. Wir müssen natürlich auch treffen. So. Kommst du? Ja. Äh, Wolf? Wolf? Ach, Wolf. Sehr gut. Oh, ich mag den Wolf. Der ist mir äußerst sympathisch. Gut, den Schattenläufer hat mir natürlich auch so hingekriegt. Die sind ja leider bei Gothic 3 nicht so stark, wie es ihnen eigentlich gebühren sollte. Die sind ja hier viel schwächer angesetzt. Die sind ja doch schon für zwischendurch mal mit was. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so Gegner gibt, die richtig... Also, wo man sich richtig vorbereiten muss und wo es richtig hart wird, die zu bekämpfen. Trolle sind nicht einfach, gebe ich zu. Aber waren auch schon schwieriger in den ersten beiden Teilen. Die Ice-Golems, naja... Gehen eigentlich auch wegzuklatschen. Es gibt, glaube ich, Drachen. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wie stark die sind. Also... Sagen wir nicht Drachen, sondern Drachenlinge. Denn so groß wie die Drachen, was wir auf die Zweisen sind natürlich nicht, wie die Ausgewachsene. So, mit Ice-Golem. Da sehen wir, wie stark die sind. Und, oh, da ist er, 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 ich bin begeistert. Wir kommen endlich, endlich, endlich zu Xardas und können damit ein Quest erfüllen, dass wir ganz am Anfang dieses Let's Plays vor... Scheint so, als wären wir angekommen. Danke dir, Grauer. Ich danke dir vielmals. Damit können wir jetzt endlich ein Quest abschließen, das wir ganz am Anfang des Let's Plays erhalten haben. vor über 170 Folgen. Und... Bevor wir hier reingehen, mache ich mal kurz meine Outland und Pause, um nochmal zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Und wir sehen uns ja direkt wieder eigentlich. Also... Bis gleich!